Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12279 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, für den wir sehr hart gearbeitet haben. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, für den wir sehr hart gearbeitet haben. Als Geschäftsführer bin ich froh, dass ich eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung habe. Als Geschäftsführer bin ich froh, dass ich eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung habe. Als Geschäftsführer bin ich froh, dass ich eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung habe. Das Studentenleben bietet viele Freiheiten. Aber am Ende steht immer das Bestehen der Prüfungen. Das Studentenleben bietet viele Freiheiten. Aber am Ende steht immer das Bestehen der Prüfungen. Das Studentenleben bietet viele Freiheiten. Aber am Ende steht immer das Bestehen der Prüfungen. Ich habe wohl einen Virus auf meinem Handy. Wer kann mir jetzt helfen? Ich habe wohl einen Virus auf meinem Handy. Wer kann mir jetzt helfen? Unser Angebot umfasst Texte, Bilder und eine kinderleichte Sprache zum spielerischen Lernen. Es gibt einen neuen Film in der Mediathek. Wir müssen unsere Mietwohnung räumen. Unser Haus sollte schon vor drei Monaten bezugsfertig sein. Wir müssen unsere Mietwohnung räumen. Unser Haus sollte schon vor drei Monaten bezugsfertig sein. Wir müssen unsere Mietwohnung räumen. Unser Haus sollte schon vor drei Monaten bezugsfertig sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like.